Ohne Zweifel, es ist eine Trendsportart. Pole Dance wird bei den Frauen immer beliebter. Den Tanz an der Stange, den Mann früher nur aus Nachtclubs kannte, ist mittlerweile eine respektierte Alternative zu Aerobic, Tabo, Zumba und Pilates geworden. In Baunatal gibt es jetzt das erste Pole Dance Studio der Region. Hier können auch Einsteiger die ersten Schritte an der und um die Stange wagen. Nicht so ganz einfach am Anfang, aber, so verspricht die Trainerin, der Erfolg stelle sich schnell ein. Dann steht einem ästhetischen Tanz, der auch mal sexy sein darf, nichts mehr im Wege.